Ok, wir haben gerade mal 6 Uhr und die Sonne geht gerade auf über Kuramati auf den Malediven und eigentlich ist niemand wach hier in diesem Paradies. Eigentlich. Mitch und ich sind wach und wir haben was vor. Auf Kuramati gibt es unendlich viele Möglichkeiten und wir haben uns entschieden um 6.30 Uhr. Wir haben halt wirklich wahnsinnig viel auf der Agenda heute, unter anderem drei Restaurantbesucher. Okay, da kann man auch mal ganz kurz zum Sport am Morgen. Eine Stunde muss reichen. Fertig mit Sport. Auf zum Frühstück, aber vorher noch mal diesen Blick direkt aus unserem Bungalow am Meer. Genießen. Wahnsinn. Genauso Wahnsinn übrigens wie das Buffet. Und das hier ist das Beste für alle Vegetarier und Veganer. Es gibt Tofu-Rührei. Ich habe das noch nie in einem Hotel gehabt. Ich liebe es. Danke dafür. Und jetzt ein Kaffee, Sojamilch rein und dieser Blick zum Frühstück. Coolmate. Jetzt bitte.